Hallöchen, liebe Leute. Willkommen zurück bei Gothic 3 Enhanced Edition. Wir sollen diese Ruinen hier von den Goblins befreien. Ja, es funktioniert halt nicht. Es funktioniert halt nicht, Leute. Ich weiß auch nicht, was ich euch sagen soll. Ich kann den Schritt nicht mehr blocken von den kleinen Mistviechern. Das macht es mir ein bisschen schwierig. Ja, 3 habe ich erledigt. Wenn ich sie halt richtig treffe, dann kriege ich halt einen Kopfschuss hin. Und dann ist es ein One-Shot. Das war's. Ja, das war's. Das war's. Ich hoffe, dass ich die Engel normal One-Shotten kann, auch ohne Kopfschuss. Aber gefühlt habe ich sowieso die Vermutung, gefühlt die Vermutung haben, auch gut. Es fühlt sich so an, als ob ich in den letzten paar, ja, paar Monaten, ne, in denen wir dieses Spiel spielen, nicht wirklich stärker geworden bin. Ach, was ist denn das da? Gargoyles. Die kennen wir doch noch. Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik Das hat wieder nicht funktioniert. Das war dieses berühmte... Also wenn das Viech zurückspringt und dann zum Angriff ausholt, dann kannst du diesen Angriff abbrechen, wenn du das Viech da genau in dem Moment triffst. Wenn du aber daneben triffst und der Angriff von dem geht durch, dann zieht dir das bestimmt Hälfte Leben ab. Ich muss übrigens darauf achten, ich habe nicht mehr viel Fleisch. Ich musste ja so viel in der Burg abgeben. Ihr erinnert euch vielleicht für die eine Quest da. So einer war da noch mindestens. Nein! Unschöner Leck. Okay. Da ist ein Wildschwein. Wildschweine sind gefährlich. Gut, lass denn kein Kopfschuss sein. Nervig. Alle irgendwie nervig, die Viecher, ne? Da sind noch mehr Wildschweine. Ja. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Wow, das ist ätzend. Das war ein guter Schuss. Das gibt's nicht. Ich hab nicht einen Hit getroffen. Oh mein Gott. Ich brech ins Essen. Das darf nicht wahr sein. Ich hab natürlich auch jetzt wieder längere Zeit nicht gespeichert, ne? Weil ich wieder hochmutkomme vor dem Fall, ne? Ja, zwei Schläge, sag ich ja. Ach, Kinder. Ich bin nicht happy. Ich hätte speichern sollen. Ich hätte nicht so greedy an die Wildschweine... Vor Wildschwein immer speichern. Immer. Immer. Es ist einer gegen Wildschwein speichern. Das kann immer in die Hose gehen. Es ist nervig. Ich weiß, oft zu speichern. Aber es ist in einem Spiel wie Gothic von unfassbarer Notwendigkeit hier wirklich regelmäßig zu speichern. Wie wenig Schaden diese scheiß Armbrust bei diesem... Wo kam das Viech denn jetzt her? Are you fucking kidding me? Ich weiß, wie schade ich mir. Ich laufe jetzt so lange, bis ich bei der Hütte bin. Der sieht mich immer, wie ich hier halbtot hinlaufe. Speichern. Diese verdammten Wildschweine. Ich kann doch nicht mal sagen, woher das Viech kam. Ich bringe eine Eiswelle. Wieder kein Kopfschuss. Keine Ahnung, warum nicht. Das waren bestimmt die, die ich da gerade eben gepullt habe. Das war's. Das war's. Nice, sehr schön. Erledigt. So seh ich das gerne. Oh, da sind wir übrigens, äh, rausgekommen vom Teleport, die wir uns aus Vanguard teleportiert haben. Sehr schön. Ja, damit kann ich doch schon mal arbeiten hier. Damit kann ich schon mal arbeiten. Verdammte Wildschweine, ey. Es waren nur ein paar Goblins in der Ruine. Hast du sie erledigt? Ja. Gut gemacht. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man mit dem Bogen schießt. Ja, interessiert mich nicht. Bogen. Wildjäger, Wurstwildjäger. 13 Lernpunkte. Ja, gut. Liebe Leute, äh, it's time for break. Wir machen, äh, übermorgen weiter. Dann geht's hier weiter mit Grafikrei. Enhanced Edition. Bis dahin macht's immer gut. Ciao. Ciao.